So, was haben wir denn befreiter Joneses drin? Ich glaube passend zum Ladebildschirm von Wolverine Zero gerade, ist ja auch drin. Da kommt er auch passend jetzt auch nochmal kurz in den Shop. Dann hier diese Traum-Luminus. Das Tralax, die sieht geil aus. Viel zu teuer. Ach die wieder, Dynamo. Maskierte Zorn. Was ist das für ein Pecaix? Ach, Flügel sind drin. Gut. Da ist noch mehr. Relax Fit Jonesy. Burger Pack. Und der Stil ist einmal angebissen. Snack-Exte. Christina. Wurzlerin. Okay. Instinct. Sturmtruppler. 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 Wollte ich gerade sagen. Stops. Der ist neu. Ja der ist neu. Kenne ich nicht. Der Name-Mode. So bitte. ます. Jest. Da ist neu. So bitte. So bitte. So bitte. John Cena noch drin, Levi James, Freeboy James auch immer, Sommer Lieblinge, hier auch, ihr RIP Paket, Sommer Midas, Sommer Crystal, Sommer Ruby, Sommer Drift, Sommer Jewels, Brutus, die sind auch alle drin, Danube Königs, Strandbomber und die Pakete.